Und so schwieg ich und so blieb ich, lang allein mit mir und dem, was sich Jahr um Jahr verschärft und es wurde zum Problem. Schule stand nun auf der Kippe, doch ich schwieg und schwieg und schwieg und sie fragte und ich nickte, ja und nein, was mir noch blieb. Mir war alles so egal, Abitur? Probieren wir es mal. Wenn es nicht klappt, mein Gott, dann klappt es nicht, weil ich halt Bauarbeiter oder stehe dann am Band, fahre Taxi oder Laster und will so den Mund per Hand. Denn am Ende ist egal, was ich werde, was ich bin. Leben wird zum Existieren, hat man keinen Lebenssinn. Ich wollte schreiben, ich wollte reimen, ich wollte allen Leuten zeigen, dass ich mehr bin als ein fremder, unverstandener Ausländer, dass ich Sinn an Worte bin und mit ihnen Schönheit finde.